Die Orkanus Hörbuch- und Hörspielpreisverleihung 2012 Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur sechsten Orkanus Hörbuch- und Hörspielpreisverleihung hier in Berlin im Babylon Filmtheater. Der Orkanus für das beste Hörspiel Erwachsene geht an Johanna Steiner. Das beste Hörbuch für Erwachsene 2012 geht an Terminal 3, Tanz der Marionetten. Also der Gewinner ist Audionarchie. Den Nachwuchspreis 2012 gewinnt Alexander Torek. Der Preis für das beste Sachhörbuch, ich werde verrückt, Faust Junior, das Amulett, das tut endlich am gut. So, in L.A. heißt es im Februar immer And the Oscar Goes To. Hier heißt es der Orkanus für das beste Soundkonzept 2012. Geht an Ear to Brain für John Sinclair. Den Ehrenpreis für das Lebenswerk erhält Peter Schiff. Vielen Dank, es war ein großes Erlebnis für mich. Und ich möchte mich an dieser Stelle, zu dieser Zeit, auch bei ihr bedanken für, ich darf nicht sagen, wie viele Jahrzehnte. Wie viele Jahrzehnte. Überlegen wir, was sie denn mit mir nun soll. Und hoffentlich überlegt sie es sich noch sehr lange. Ich liebe dich, Präbelchen. Die Orkanus Hörbuch- und Hörspielpreisverleihung 2012 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020